Hallo, mein Name ist Markus und ich sitze hier beim Lightboard der Fakultät für Mathematik. Die Bedrohung liegt dabei auf Sitzen, denn ich führe jetzt mit dem Lightboard einen Inklusions-Test durch. Wie man sieht, kann ich alle Ecken des Lightboards gut erreichen und auch hier aus dem Sitzen gut schreiben. Auch das Löschen des Geschriebenen stellt kein Problem dar. Man sieht also, das Lightboard ist sehr gut für die Inklusion von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern geeignet.